ja hallo und herzlich willkommen zurück ja wir sind jetzt mal hier stehen geblieben haben die erste prüfung erfolgreich abgeschlossen und ja jetzt würde ich sagen wir gehen uns erst mal die neuen fähigkeiten kaufen da müssen wir nach der wie man es haben möchte hh ach mann bin ich heute wieder lustig so schub die du und die du ja also wer das nicht weiß ich denke ob wir das wissen alle bei diesen guten herr gibt fähigkeiten von level 20 bis level 60 für krieger darüber da drüben für priester da drüben für magier und da hinten für jäger gut klicken wir mal auf porsche es kaufen und wir haben ja nur sechs silber das ist nicht so gut aber wir haben ja auch ein paar coins die verkaufen somit können wir uns hier ein paar fähigkeiten kaufen ich hoffe meine stimme und der sound die ging jetzt wieder einigermaßen beziehungsweise es passt alles wieder weil ich habe ein bisschen ich bin aus versehen beziehungsweise ja ich bin aus versehen an die ja an die musik glaube stärke gekommen meine aussprache ist sehr geil wieder jedenfalls bin ich dran gekommen aus versehen ja wie sowas passieren kann keiner fragt dass mich nicht jedenfalls bin ich dran gekommen und ja da hat sich das dann eben ein bisschen verstellt und ich habe es eben versucht wieder auf ja auf den standard als so wie es war wie wir es in den vorigen part sorry für mein vieles m das muss ich mir echt abgewöhnen ja ich freue mich jetzt schon wieder sagen jedenfalls wie mein vorigen part war und ja ich hoffe einfach dass es jetzt wieder so ist gut das wollte ich jetzt sagen jetzt ja was machen wir jetzt mit mir zu dieser guten frau hier und müssen uns vitalität 01 kaufen das ist sehr wichtig wichtig ja ach man ich bin ich sehr komme ich bin eben anders als die anderen gut da erlernen wir erst mal das was wir schon können das können wir erlernen dass das auch nicht das auch nicht ja die vitalität die wir gerade gekauft haben gut das machen wir immer dahin das machen wir dahin dass dahin dass dahin und jetzt ist es gut so jetzt sind wir wie man so schön sagt auf neudeutsch so näht es ja denke ich wir sind abtude jedenfalls wollte ich noch sagen wegen die ladezeiten ihr habt mir da immer noch nichts gesagt das finde ich sehr traurig aber das wäre ich mal schön wenn ihr mir da was vorschlagen bitte zwei ich kann mir da echt nichts vorstellen wie ich das machen soll soll ich da musik kurz machen oder soll ich das einfach ja die geschwindigkeit erfüllen bitte schreibt mir doch mal in die kommentare wenn ihr müsst nicht das ist jetzt kein zwang hier jedenfalls aber das wäre ich mal richtig cool wenn ihr das machen könnte gut ja wir könnten eigentlich und sein hpv rein machen das wäre doch mal angebracht und ein armus gleich hinterher so greift uns wieder einer an und kaputt macht macht man gleich den nächsten kaputt anscheinend haben wir jetzt zehn prozent ja also so ungefähr 15 wird ich mein ich meine jetzt hier nur in dieser leiste da also ihr wisst was ich meine eigentlich nicht wenn ich irgendwie komisch bin dann versteht das glaube keiner warum gehen wir immer zu schwächeren monstern das würde mich mal interessieren ach ja genau wo ich noch ansprechen wollte der part die erste prüfung der ist ein bisschen lange geworden das tut mir ganz doll leid aber jetzt mal spaß beiseite obwohl das nicht mal wirklich spaß ist das ist einfach nur komisch kalt komisch kalt komisch kalt ist auch wieder so ein schönes von mir naja sehr schön das ist doch alles sehr schön was ich heute wieder labern jedenfalls der ist aber wirklich sehr lange geworden ich glaube 19 minuten lang ja da denke ich mir nur wer sich das anguckt also wer sich das wirklich anguckt diese 90 minuten der der hat echt meinen respekt so ja obwohl den eh keiner will das weiß ich jetzt schon nee aber das ist wirklich respekt habe ja gut ich bin blöd wisst ihr dass ich bin so richtig richtig blöd erstens weil ich eben diesen rumen port nicht aufgehoben habe beim ersten mal und zweitens weil wir in das schöne gebiet da hinten dass sich abbie nennt ebis ja nennt und da kann man leveln und ja ich bin deswegen bild war weil wir da nicht hingegangen sind jedenfalls nicht gleich gut gehen wir mal in das level 20 also für level 20 das und hier ist auch wie es oben steht in grün pvp aktiviert also solltet ihr wenn ihr nicht gut im vierster sein oder so okay ihr seid alle gut das weiß ich ich glaube an euch ne aber jedenfalls wenn ich ja noch nicht so lange gespielt oder generell kein pvp mögt dann nehmt durch ein paar leute oder so mit ja die euch beschützt noch das noch und schon sind wir level up und unsere kissers oder aufgeschlossen wie man es erhören konnte da ist aber nicht oh gott oh gott nein das lege ich aber jetzt nicht an das könnt ihr mir nicht antun das nein 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 und hier ist ja das braucht ihr zum appen das ist erkläre ich euch aber irgendwann anders mal das ab oder anhand von video wo ich das mache anscheinend droppen die das hier ja jetzt was mein sehr oft gut sind wir wieder level up und wir bekommen in der akademie auch ein gold und 750 silber das ist sehr nice also ja so so mach mal die hier auch noch da und da und das ist auch so ein schönes und so ein ding dich wort okay eigentlich ja nicht doch doch also ein würde ich mein weil wir deutschen haben ja das wort den engländern wahrscheinlich ich glaube das jetzt ist eine vermutung nur übernommen entnommen ja hier geht es doch flott mit den level das ist sehr schön und und ich hasse ist dass ich jetzt immer sagen und ja okay ich würde mein wir machen noch bis 25 und dann würde ich mal sagen was das auch erstmal wieder für diesen paar ja ich hoffe der ist jetzt genau nicht zu lang beziehungsweise zu kurz beziehungsweise andersrum jedenfalls näher aber zu kurz soll er ja auch nicht werden aber ich denke mal er hat jetzt seine 15 minuten schon weg und ja hier ist elro das braucht ihr auch sorry für meinen aussparen ja so ja das hier ist für joker die joker können krallen und was können sie noch tragen ähm schwer tag glaube oder ja keine ahnung ich habe noch nie wirklich ein joker gespielt ich bin eher so und wir sind 25 ähm ich bin eher so ein ja so ein krieger fanboy ja ein fanboy gut ähm da machen wir jetzt gleich wir gehen laufen erstmal noch nach ätherien und ja hier haben wir jetzt aus der kiste eine level 30 angst bekommen wir bekommen immer die nächst höheren waffen aus einer kiste wenn die zeit dafür ist beziehungsweise wenn ihr die kiste öffnen könnt und ja ja also ja ihr wisst schon was ich meine ähm äh ähm in ätherien mach ich dann ein klein cut äh und dann sehen wir uns beim nächsten mal aber erstmal müssen wir da hinkommen ja das ist sehr toll da können wir auch hin reiten zack ähm so ja stellen wir uns doch mal da vorne hin beenden beenden den part aber keine angst okay ich habe mich das interessiert euch jetzt wahrscheinlich eh nicht ja ich weiß es nicht möchte keine vorurteile sagen oder so ja es kommt dann bald wieder beziehungsweise morgen ein paar ja ja gut es kommt ganz drauf an wenn ich das hier upload gut ähm dann mache ich jetzt hier erstmal ein kleck hat und wir sehen uns dann beim nächsten mal wenn ich wieder fiesta online privat sogar chain online spiele zocker wie man es haben möchte aber wenn ihr wollt gleich mein video abonniert mich und kommentiert dass das wir immer noch am schönsten kommentieren das ist mir viel lieber als ein like und ein abo ja ein komment sagt mehr als 1000 worte ja oder irgendwie andersrum nee aber dann haut rein leute und dann bis zum nächsten mal tschüss